Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Michael. Heute stehe ich mir vor was ganz Besonderem und zwar von dem Liebling, von dem Herr Lambeng. Und ich sag's euch jetzt schon, was ihr hier sehen werdet, das wird ihr schon brauchen. Also hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Das ist ein Toyota GT86 auf Rallye umgebaut. Also das heißt, das Fahrweg ist höher, das Differenzial ist anders, die Übersetzung des Getriebes ist anders, der Auspuff ist deutlich lauter, das Fahrzeug ist innen leergeräumt. Und ich muss gleich schauen, ob man uns überhaupt verstehen kann, wenn wir gleich innen sitzen. Aber ich möchte euch auf jeden Fall zu diesem Erlebnis mitnehmen, damit ihr mal einfach seht, wie krass sowas ist. Und das hat einfach Straßen zulassen. Also ich glaube es selber nicht, aber das ist echt verrückt, wie irre dieses Fahrzeug ist. Deshalb würde ich sagen, springen wir mal rein. Also innen angekommen, seht ihr auf jeden Fall mal, die Tür ist komplett aus Vollcarbon. Einfach nur so eine Lasche zum Ziehen. Dann schauen wir hier rein und wie ihr seht, ist hier wirklich alles auf Rennsport ausgelegt. Also hier ist noch ein Ersatzrad, das Fahrzeug ist aber noch nicht fertig, muss man dazu sagen. Da kommt das jetzt erstmal die erste Probefahrt sogar tatsächlich. Und ich habe die Ehre, dass ich mich auch gleich an Steuer setzen darf. Ich bin jetzt keine Runde mitgefahren, ich bin so begeistert. Das ist echt verrückt, dieses Fahrzeug. Das ist echt irre. Aber wie ihr seht, ist das wirklich ein Rennfahrzeug mit Straßenzulassung. Oh, das ist echt schaffstinkend. Das ist echt verrückt, wie das Auto sich anhört. Ich glaube, sowas erlebt auch mit jeder. Am 11. zur Runde kann jeder mitfahren. Jeder? Ja, ja. Das ist ja der gute Zweck. Das kostet glaube ich 20 Euro und dann kann man in verschiedenen Autos mitfahren. Das ist auch geil, wie das über das T-Zahlband sich macht. Wie fehlen die Worte mit. Man merkt, die Bremse ist immer noch sehr, sehr kalt. Ja, der hat keine Bremskraftverstärkung. Ja, merkt man. Da musst du also schon rin trennen, dass was passiert. Ich wette, die Leute, die das Video gucken, die werden gar nichts verstehen. Das Ding ist so dermaßen laut und das ist so geil, wirklich, das ist richtig. Vor allem, das ist so, das tröntet in den Ohren, sonst schreit dich einfach richtig an. Richtig pervers. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und das ist jetzt, also das ist jetzt nichts Besonderes, gell? Ein Rennauto, da gibt es ganz andere Autos. Natürlich, aber nichts Besonderes würde ich nicht sagen. Sowas sieht man sehr, vor allem im Saarland. Ja, das stimmt. Der hat noch eine schwächere Autos, das ist ein Meiß. Das ist mein Kollege. Ja. Der war das fast, das technisch erstand. Und der hatte gerne hier Handwerkzhandel. Da wette immer das relativische Halus im Boden. Ja. Und die habe ich einfach gehabt. Das habe ich gerne gebaut. Das ist ein Meiß, das ist ein Meiß, das ist ein Meiß. Das ist ein Meiß, das ist ein Meiß. Das ist ein Meiß. ich bin echt sprachlos also leute nicht wundern dass ihr den herr lambeck nicht gesehen habt der ist ein bisschen schüchter vor der kamera aber ich hoffe ich konnte euch auf ein geiles erlebnis mitnehmen ich mache jetzt noch ein paar außen aufnahmen wahrscheinlich habt ihr die jetzt schon gesehen und dann hoffe ich euch hat das video gefallen falls ja dann lasst doch gerne daumen nach oben da abonniert mich an der stelle falls es noch nicht getan hat und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder haut rein leute und ciao